Maischberger, der Podcast. In dieser Staffel geht es um Macht. Wer sie hat, wem sie fehlt, wer sie anstrebt. Eine Stunde lang spreche ich mit den Mächtigen und mit Menschen, die für ihre Überzeugung kämpfen. Mein Gast heute war mal Leiter eines Supermarkts. Er machte sein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und studierte dann erst Jura. Das klingt nach einem Sozialdemokraten. Er ist aber seit 50 Jahren in der CDU. Und dort ist er eine der einflussreichsten Stimmen. Und das, obwohl er nie wirklich Macht hatte. Wie sehr er als Unionsmitglied gerade leidet und ob er übersetzen kann, was Armin Laschet nun vorhat, darüber und über vieles mehr rede ich heute mit Wolfgang Bosbach. Guten Tag, Herr Bosbach. Hallo Frau Maischberger, danke für die Einleitung. Herr Bosbach, stimmt das, dass wenn man Sie anruft, Sie manchmal ans Telefon gehen mit so etwas wie Pizzeria Quattro Formaggi. Was hätten Sie gerne bestellt? Ja, ungefähr. Ohne Humor halten Sie es 49 Jahre in der Politik überhaupt nicht aus. Ja, und deshalb, weil, glaube ich, jeder Journalist hat ihre Handynummer. Das ist wahrscheinlich das Problem, oder? Ja, ich kann nicht schlecht Nein sagen. Ich habe auch mal gedacht, wenn du kein Amt mehr innehast, ich strebe auch kein Amt mehr an, dann wird es ruhiger. Ein bisschen ruhiger ist es auch geworden. Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, es schmeichelt einem ja schon, wenn man immer noch gefragt wird. Das tut irgendwie gut. Aber mitten in der Nacht ruft keiner von den Kollegen an, oder? Nee, mitten in der Nacht ist vor allen Dingen das Handy aus. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich 24 Stunden auf Empfang bin. Da hat die Pizzeria dann zu. Sie sollten ja mal Innenminister werden. Merkel entschied sich damals anders. Ihre Frau hat sie angeblich mit den Worten getröstet, du bist doch schon unser Medienminister. Das fanden Sie gar nicht lustig damals, oder? Nein, das fand ich nur begrenzt lustig, denn ich wäre es ja wirklich gerne geworden. Sie werden ja viele treffen, die sagen, ach nein, das wäre mir eigentlich egal, schön. Aber nein, ich hätte mich darüber wirklich gefreut. Ich habe ja auch ein Wochenende lang gedacht, entweder du wirst Innenminister oder Fraktionsvorsitzender. Dafür hätte ich mich auch beworben, wenn Volker Kaun dann nicht wieder angetreten wäre. Der sollte ja möglicherweise Kanzleramtsminister werden. Aber Montagsmorgens war der Traum auch schon ausgeträumt. Und Medienminister war eine Beleidigung. Das meinte doch Ihre Frau bestimmt nett. Nee, klar hat sie das nett gemeint. Aber ich habe immer gerne gearbeitet. Und Medienarbeit ist ein Teil der Arbeit. Aber auch wenn ich das jetzt einer, wie heißt das so schön, Medienschaffenden sagen muss, es geht natürlich um die Sacharbeit. Und darum geht es ja um die Vermittlung von Politik. Dafür spielen die Medien natürlich eine große Rolle. Aber sie können nicht politische Arbeit ersetzen. Deswegen reden wir heute auch über das eigene Machtstreben und über den Machtverlust ihrer Partei gleich. Erst kommen die drei Fragen, die hier alle Gäste beantworten, Herr Bosbach. Wer ist die mächtigste Person in Ihrem Leben? Also zu Hause eindeutig meine Frau. Man sagt ja so Hausherr. Aber ich weiß schon, wer zu Hause das Heft in der Hand hat. Und das ist meine Frau. Ich versuche ihr auch gar nicht, den Führungsanspruch streitig zu machen. Wann haben Sie sich das letzte Mal ohnmächtig gefühlt? Ohnmächtig gefühlt? Ja, sicherlich am Wahlabend, am 26. September um 16 Uhr oder 18 Uhr. Wir erfahren, wie Sie ja auch manches schon früher gegen 16 Uhr, wie denn die Prognose um 18 Uhr sein wird. Und man lebt in einem Paralleluniversum. Ich habe über 50 Veranstaltungen gemacht, bundesweit super gut besucht. Eigentlich auch eine gute Stimmung. Da denkst du, ach, das wird aber ein tolles Wahlergebnis. Und dann fährst du noch nicht einmal 25 Prozent ein. Und da weiß man, dass man eben abhängig ist vom Wähler, von den Wählerinnen und Wählern. Und man darf sich selbst auch nicht überschätzen. Auf einer Skala von 1 bis 10, apropos über- oder unterschätzen, wie viel Macht haben Sie? Zwei. Vielleicht drei. Was ist Macht? Die Fähigkeit, das Verhalten anderer Menschen zu beeinflussen oder anderen Menschen im Willen aufzuzwingen. Das habe ich doch überhaupt nicht. Vielleicht kann man durch Arbeit Menschen beeindrucken, also positiv beeindrucken, manchmal auch negativ. Oder sogar Verhalten beeinflussen. Aber meinen Willen anderen aufzwingen, das konnte ich noch nie. Also aus guter und begründeter Überzeugung eine Zwei geben Sie sich selber. Wolfgang Bosbach ist zu Gast. Die Union, Herr Bosbach, war ja immer echt eine Machtmaschine, eine Kanzlerpartei. Jahrzehnte siegesgewiss. Sind Sie selbst eigentlich erstaunt darüber, wie desolat Ihre Partei gerade dasteht? Ja. Denn wir haben ein Viertel aller Wählerinnen und Wähler verloren und wir sind in wenigen Jahren sehr bescheiden geworden. Ich komme ja noch aus der Zeit, also Frau Meischberg, jetzt kommt die Passage, Opa erzählt vom Krieg. Ich komme ja noch aus der Zeit, 40 Prozent plus X. Wir haben 76 über 48 Prozent bekommen. Dann haben wir gesagt, 30 Prozent plus X wäre schön. Und jetzt sind wir bei, hoffentlich werden wir stärkste politische Kraft. Und selbst das sind wir noch nicht einmal geworden. Und das Viertel der Wählerinnen und Wähler haben wir in nur vier Jahren verloren. Und dann läuft es in der Partei doch im Moment sehr auseinander mit zum Teil auch sehr widersprüchlichen Forderungen. Das kann man wohl sagen. Und widersprüchlichen Auftritten gestern. Wir sind jetzt am Freitag hier miteinander verabredet. Gestern trat Armin Laschet, der noch Parteichef der CDU, muss man wahrscheinlich sagen, vor die Mikrofone. Ist das für Sie ein Auftritt eines Mannes gewesen, der sichtlich gerade die Macht, ja wie soll man sagen, durch seine Finger rinnen sieht? Er verblasst ja fast. Ich kenne Armin Laschet sehr, sehr gut. Wir sind 1994 zusammen in den Deutschen Bundestag gekommen. Ich habe zwei Jahre ehrenamtlich die Sicherheitskommission des Landes Nordrhein-Westfalen geleitet mit einem Büro in der Staatskanzlei. Da hatte ich natürlich auch Kontakt zu Armin Laschet. Frau Maischberger, Sie kennen ihn auch, ist ein grundanständiger Kerl. Und deshalb tut es mir im Moment weh zu beobachten, wie sein weiterer Weg verläuft, nämlich vom Ministerpräsidenten, der ist ja nicht Landrat von Lummerland, sondern ist ja Ministerpräsident des größten deutschen Bundeslandes, auch heute noch, bis hin zu möglicherweise einem einfachen Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Das ist schon bitter. Und ich glaube, deswegen klammert er sich auch ein bisschen an die Hoffnung, dass es mit Jamaika doch noch etwas werden könnte. Ich persönlich bin da skeptisch. Er hat sich ein bisschen verzockt, was das Ministerpräsidentenamt anging. Er hätte ja sagen können, das bleibe ich. Und erst danach. Ja, das hätte ihm auch niemand streitig gemacht. Hat er sich verzockt? Ist er ein Zocker? Eigentlich nicht. Ich glaube, er war zu optimistisch, dass die Union auf jeden Fall stärkste politische Kraft wird. Allerdings halte ich es auch für zu einfach, jetzt alles am Armin Laschet festzumachen. Nee, klar. Aber die Frage ist, wie er damit umgeht. Deswegen weiß ich ihn ja besser kennen. Das ist ja interessant. Es gibt eine Kollegin, hat in dieser Woche mir gesagt, der Armin Laschet fühlt sich immer wie so ein Entfesselungskünstler. Es ist ihm schon so oft passiert, sozusagen in aussichtslosen Lagen wie Woudini die Ketten zu sprengen. Aber und deswegen glaubt er das auch diesmal noch. Glauben Sie, er glaubt wirklich noch an seine Chance? Ja, das glaube ich. Das ist auch, glaube ich, das Ergebnis der letzten Landtagswahlen, die Armin Laschet ja für die CDU gewonnen hat, unter ganz unglücklichen Umständen oder glücklichen für die Union. Unglück. Die SPD hat in Nordrhein-Westfalen damals, vor viereinhalb Jahren, das schlechteste Wahlergebnis erzielt, was die SPD in NRW jemals erzielt hatte. Die Union das zweitschlechteste. Und trotzdem hat es für den Regierungswechsel gereicht, weil die Linken ganz knapp in NRW an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sind. Eine Kombination glücklicher oder unglücklicher Zustände. Am Ende hat es gereicht für eine Mehrheit von einer Stimme für Schwarz-Gelb. Und deswegen glaubt Armin Laschet, er gewinnt das vielleicht noch. Sie haben ihm gerade öffentlich geraten, aufzugeben und zwar seiner Würde wegen. Ist der Zeitpunkt schon vorbei, an dem Armin Laschet seine Würde noch behalten kann? Nein, der ist nicht vorbei. Ich glaube auch, dass er seit gestern ein Stück Autorität, auch Souveränität zurückgewonnen hat. Ich jedenfalls habe ihn so verstanden, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er den Vorsitz aufgibt und den Übergang moderiert. Und mir hat es gerade, weil ich ihn menschlich wirklich mag, mir hat es sehr wehgetan, wie einer nach dem anderen ihm erklärt hat, er soll aufhören, er soll zurücktreten, er soll Platz für andere machen. Ja, aber nicht im Sinne von Amt niederlegen oder aufhören, sondern im Sinne von moderieren und zwar in doppelter Hinsicht. Personelle Neuaufstellungen der Union, aber auch politisch inhaltliche Neuaufstellungen. Das geht nicht von heute auf morgen, können wir auch nicht auf die lange Bank schieben, aber einige Monate wird es vermutlich dauern, auch, weil ich ein großer Anhänger bin, dass wir die Basis stärker einbeziehen als bei der Frage, wer wird Kanzlerkandidat. Da haben wir die Basis überhaupt nicht beteiligt. Trotzdem nochmal zu Armin Laschet, weil ich habe es gestern nicht ganz verstanden, weil also hat er jetzt gesagt, der zieht sie zurück oder hat er gesagt, ich bleibe noch? Sie haben gesagt, es soll keine wochenlange Demontage geben, aber das, was er gestern gemacht hat, ein typischer Laschet, ein sowohl als auch, das wird ihm doch einer wochenlangen Demontage gerade aussetzen, der sogenannten Parteifreunde. Es ist richtig, dass er nicht klar gesagt hat, ich bleibe im Amt oder ich höre auf, aber wenn er zumindest sinngemäß sagt, dass er den Übergang moderieren will, dann ist es auch eine Frage der Modalitäten. Wie machen wir das? Das ist dann auch eine Stilfrage, aber ich glaube, Armin Laschet weiß auch, dass er jetzt derjenige sein muss, auch qua Amt sein wird, der diesen Übergang zeitnah, also in absehbarer Zeit organisiert. Und jetzt noch das ganz Verrückte, er hat ja gesagt, im Prinzip wäre es so, wenn die Ampelverhandlungen scheitern und Jamaika doch kommt, soll es jetzt an ihm nicht scheitern. Das heißt, der glaubt wirklich, dass es eine Jamaika-Regierung geben kann, nicht mit einem Kanzler Laschet, sondern da mit einem Kanzler, ja was, Markus Söder? Ja, damit hat er mich tatsächlich überrascht, denn er war unser Kanzlerkandidat. Wir haben auch Stand heute keinen anderen für den Fall, dass die Ampel tatsächlich scheitern sollte und die Union wieder im Spiel ist. Ich glaube, dass die Auftritte der letzten Wochen die Popularität von Markus Söder in der CDU nicht erhöht haben. Es gibt heute eine Umfrage, die nach diesem denkwürdigen beiden Auftritten von Armin Laschet und Markus Söder in dieser Woche gemacht wurde. Mehrheitlich sagen die Deutschen nach dieser Umfrage, dass Markus Söder sich unfair verhält. Das war ja auch spektakulär. Also FDP und Grüne sagen, wir reden jetzt erstmal mit der SPD, dann geht Armin Laschet vor die Presse und sagt in kurzen Worten, ja, aber Jamaika ist noch möglich. Und dann kommt zehn Minuten später Markus Söder, tritt vor die Mikrofone, redet von der Selbstachtung und der Würde der Union und Jamaika sei jetzt nun wirklich zu beerdigen. Warum macht er das? Geht es ihm um die Würde der Union oder geht es ihm darum, Armin Laschet endgültig aus dem Weg zu kicken? Frau Maischbecker, was ich jetzt sage, kann ich natürlich nicht beweisen, aber es ist eine Vermutung von mir. Auch Bayern geht ja jetzt in absehbarer Zeit auf Neuwahlen zu. Und ich glaube, dass die CSU tatsächlich bessere Chancen hat bei der Wahl in Bayern, wenn wir in der Opposition wären und nicht uns an der Regierung beteiligen würden, weil man dann natürlich Kompromisse machen muss. Mit Sicherheit auch schwierige Kompromisse, die unserer Basis nicht ohne weiteres vermittelbar wären. In der Opposition hast du den Nachteil, dass du nicht mitbestimmen, nicht mitentscheiden kannst, aber den Vorteil, dass du die reine Lehre vertreten kannst. Aber wenn wir die Chance haben, uns an der Regierung zu beteiligen, weil die Ampelverhandlungen scheitern, dann glaube ich schon, dass auch Markus Söder möchte, dass die Union diese Chance ergreift. Da bin ich im Team Müntefering. Opposition ist best. Und zwar dann als Kanzler. Kann man das dem Wähler vermitteln? Ja, da weiß ich nicht. Könnte man das dem Wähler vermitteln? Da kommt ein Kanzlerkandidat Armin Laschet und danach steht da plötzlich jemand ganz anderes da vorne? Also jedenfalls nur mit allergrößtem rhetorischen Aufwand. Ich glaube, da wäre ich schon raus. Aber wir haben ja sowas schon veranstaltet. Wir sind mit Herrn Weber als Spitzenkandidaten in den Europawahlkampf gezogen. Und dann wurde Ursula von der Leyen Präsidentin der EU-Kommission. Das war schon so ähnlich. Ja gut, aber da muss man sagen, sind die Wähler anders beteiligt und auch die Kommission ist ja nicht eben zu vergleichen mit einer Regierung in der Bundesrepublik. Aber gut. Das würde die Kommission anders sehen. Aber sie haben trotzdem recht. Aber wenn also Markus Söder ein Interesse daran hat, dass Armin Laschet nicht Kanzler wird, dann würde das ja erklären, dass aus den internen Beratungen zwischen der Union und der FDP und zwischen der Union und der Grünen irgendjemand was durchgestochen hat. Da kommen ja gar nicht so viele in Frage. Zehn Leute waren dabei. Unter anderem eben das Team Markus Söder. Glauben Sie, es war die CSU, die da der Bild-Zeitung interner verraten hat, auch um die Gespräche einfach scheitern zu lassen? Nein, das wäre auch unfair. Dafür habe ich ja überhaupt keinen Anhaltspunkt. Keine Ahnung, wer das war. Aber irgendjemand war es ja. Haben Sie leider recht. Aber keine Ahnung, wer. Derjenige wird sich auch nicht freiwillig melden. Das macht man auch nur mit finsteren Absichten. Also jemand, der möchte, dass die Gespräche zum Erfolg führen, der möchte, dass die Autorität von Armin Laschet nicht beschädigt wird, käme niemals auf die Idee, aus solchen Gesprächen etwas durchzustechen. Wobei, Frau Meischberg, jetzt müssen Sie mal ehrlich sein, so ist es ja auch. Als Presse kritisiert man ein solches Verhalten und ist dankbar, wenn es stattfindet. Wieso? Wer hat denn gesagt, dass ich es kritisiere? Ich will ja nur wissen, das war das. Das ist eine völlig andere Frage. Wir zwei werden es nicht erfahren. Wenn wir alle zehn fragen, werden alle zehn entrüstet, den Verdacht von sich weisen. Ja gut, aber man fragt sich in solchen Dingen ja immer, wem nutzt es. Einen der Nutzen, diese haben Sie ja schon gerade genannt, es würde der CSU nutzen. Aber es könnte doch auch einen von denen nutzen, die gerne Herrn Laschet als Parteivorsitzenden der CDU beerben möchten. Also Jens Spahn zum Beispiel. Glauben Sie, trauen Sie ihm das zu? Also ich traue niemandem zu, dass er so dumm ist, dass er mit Durchdäschereien glaubt, einen eigenen persönlichen politischen Erfolg zu haben. Meine Lebenserfahrung sagt mir auch, wer jetzt als erster hier ruft, der ist schon mal aus dem Rennen raus. Richtig ist, dass Jens Spahn zu den potenziellen Nachfolgern gehört. Richtig ist auch, er wird ganz bestimmt nicht alleine bleiben. Da werden noch andere Bewerber kommen. Sie sind nächstes Jahr, haben wir nachgelesen, 50 Jahre dann Mitglied dieser CDU. Sie haben einige Krisen erlebt. 2000 zum Beispiel hat sich diese Partei spektakulär zerlegt, nachdem die Parteispendenaffäre von Helmut Kohl öffentlich wurde. Damals wurde sie, das muss man mal so hart sagen, gerettet von Angela Merkel. Sehen Sie heute eine solche Führungsfigur, die die CDU diesmal rettet? Nein, nicht mit der unbestrittenen Autorität in der Partei. Angela Merkel war ja damals in der Situation, ich glaube es war ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, wo sie die Union aufgefordert hat, einen Schnitt zu machen. Und das war nicht einfach, nicht einfach, denn die Verdienste von Helmut Kohl um Deutschland und die Union waren ja nun unbestritten. Und ich selber war ja auch einer, der davon profitiert hat. Wolfgang Schäuble musste zurücktreten, Friedrich Merz wurde Fraktionsvorsitzender, Jürgen Rüttgers ging nach Düsseldorf. Dann wurde ein neuer stellvertretender Fraktionsvorsitzender gesucht für Innen und Recht. Das bin dann letztendlich ich geworden. Und Angela Merkel war damals in dieser Funktion unumstritten. Das ist heute anders. Wenn Sie Mayer vorschlagen, kommt sofort der Nächste und sagt, ich bin aber für Schmitz. Dann kommt einer und sagt, ich bin aber für Müller. Das war damals anders. Gut, also Spahn, Röttgen, Merz, Brinkhaus, lauter Kandidaten für Fraktionsvorsitz, Parteivorsitz. Wer hat die Führungsqualitäten, den Karren jetzt aus dem Dreck zu ziehen? Also das traue ich allen Vieren zu. Wobei, wenn wir in der Opposition landen, dann wird der Fraktionsvorsitzende, also der Oppositionsführer, dann die wichtigere Rolle spielen als der Parteivorsitzende. Denn der jeweilige Fraktionsvorsitzende, die Vorsitzende, ist dann das politisch-parlamentarische Gesicht der Union. Das ist der Kontrahent der Regierung. Er will als erster auf Regierungserklärungen antworten. Und zwar nicht der jeweilige Parteivorsitzende. Also stellt sich die grundsätzliche Frage, soll beides in einer Hand oder machen wir eine Doppelspitze? Ich bin kein Fan von Doppelspitzen. Okay, also muss dann einer es werden. Ich weiß schon, es macht keinen Sinn, jetzt Sie zu fragen, wen Sie gerne hätten. Das haben Sie schon ein paar Mal jetzt gesagt. Sagen Sie nichts zu, Sie sind zwar Mitglied, aber oder wollen Sie doch was sagen? Nein, ich halte mich da schwer zurück, obwohl ich ja freier bin als andere. Ich will ja nichts mehr werden. Ich strebe ja kein Amt an. Natürlich habe ich meinen Favoriten, aber ich glaube, es wäre nicht gut, in dieser Situation jetzt permanent Namen laut aufzurufen. Gut, dann nenne ich einen Namen, der ja nicht mehr zur Debatte steht, Angela Merkel. Das ist doch wirklich interessant. Die wurde ja auch sehr hart dafür kritisiert, dass sie einen nach dem anderen aus dem Weg geräumt hat. Also, Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, Friedrich Merz, dann Roland Koch und Herrn Röttgen. Im Nachhinein muss man sagen, Hut ab, nur so funktioniert CDU mit knallharter Machtpolitik? Na ja, also das würde ich jetzt erstmal nicht unterschreiben. Manche sind auch nicht aus dem Weg geräumt worden, sondern sind freiwillig gegangen. Vielleicht, weil sie enttäuscht waren, weil sich Karriereerwartungen nicht erfüllt haben. Also zu dem Aus-dem-Weg-Räumen gehören immer zwei. Einer, der räumt und einer, der sich wegräumen lässt. Friedrich Merz würde das wahrscheinlich anders sehen, ne? Ja, das kann sein. Er hat hier auch berechtigte Hoffnung, Fraktionsvorsitzender zu bleiben. Er hat sich dann entschieden, nach einer weiteren Wahlperiode aus dem Deutschen Bundestag auszuscheiden. Ich hätte mich an seiner Stelle, ich war ja nicht an seiner Stelle, möglicherweise anders verhalten. Aber da kann man jetzt nicht auch Christian Wulff beiseite geräumt. Ja, ja, zum Amt des Bundespräsidenten. Also da käme ich nicht auf die Idee zu sagen, er ist weggeräumt worden. Jetzt ist die SPD am Zug. Im Januar hat ein Unionspolitiker das bereits vorhergesehen und hat Folgendes gesagt. Ich halte Olaf Scholz für einen sehr ernstzunehmenden Kandidaten. Ich kann nur jeden dazu raten, ihn nicht zu unterschätzen. Wer war das? Kommt mir bekannt vor, ja. Das waren Sie. Ja, klar. Ja, ich kenne ja Olaf Scholz aus der gemeinsamen Arbeit im Bundestag. Und er ist ein ganz anderer Phänotyp als Gerhard Schröder. Olaf Scholz hat hier mehr das Temperament einer Wanderdüne. Aber er ist ein fleißiger Arbeiter, auch wenn er kein mitreißender Debattenredner ist. Und der Wahlkampf war sehr stark auf ihn zugeschnitten. Und vielleicht war es gerade diese ruhige, sehr bestimmte, konsequente Art des Auftretens, die vielen imponiert hat. Und er hat es gewonnen. Wir reden gleich darüber, welchen Sinn gefrorene Hasen machen können im Supermarkt. Aber erst einmal unser Fahgebogen. Herr Bosbach, welcher historischen Person würden Sie gerne einmal begegnen? Also als gläubiger Christ Jesus Christus, auch um mal zu sehen, was er denn nach 2000 Jahren zu seiner Kirche sagt. Sind Sie lieber dafür oder dagegen? Ja, eine komische Frage. Da würde ich mal gerne wissen, wofür oder wogegen. Aber als positiver Mensch bin ich eher mal dafür. Der wichtigste Tag im Leben? Ja, welcher Tag kann wichtiger sein als der 11. Juni 1952? Für mich war es eindeutig der Geburtstag. Ansonsten die Geburten meiner Töchter. Der wichtigste Song oder Film für Sie? Also ich habe da kein Lied, was mein Leben geprägt hat. Ich war auch nicht in Woodstock dabei. Aber bei Film bin ich mir ziemlich sicher. Dr. Chivago. Für mich der perfekte Film. Grandiose Geschichte. Tolle Schauspieler. Wunderschöne Musik. Tolle Landschaftsaufnahmen. Eingebettet in einen historischen Kontext. Ich weiß nicht, wie viele Oscars der Film bekommen hat. Also jede Menge. Auch verdienterweise. Der Film ist ja Jahrzehnte alt. Aber wenn er läuft, gucke ich ihn mir auch nochmal an. Ich höre die Ballerleiker. Was ist für Sie das größte Unglück? Alles, was die Kinder traurig machen würden, wenn sie ernsthaft erkranken würden. Also es gibt für Eltern nichts Schlimmeres, als wenn den Kindern ein Unglück widerfährt. Wofür sind Sie dankbar? Meinen Eltern. Mein Papa lebt leider nicht mehr, aber ist 94 geworden, hohes Alter. Mama lebt noch 93, körperlich eingeschränkt, aber putzmunter. Ich habe meinen Eltern sehr, sehr viel zu verdanken. Ich komme nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus, aber uns Kindern hat es an nichts gefehlt. Darüber reden wir auch tatsächlich gleich. Das wichtigste Buch? Ja, muss ich die gleiche Antwort geben wie bei der wichtigsten Persönlichkeit. Für einen gläubigen Christen ist natürlich die Bibel besonders wichtig. Aber ich bin ein Freund, ich glaube, so heißt das politisch korrekt, der Spannungsliteratur. Ich lese gerne Krimis. Aber dass mich mal das Leben eines traurigen Professors oder das traurige Leben eines Literaturprofessors so faszinieren würde, hätte ich nie gedacht. Stoner von John Williams, hinreißend geschrieben. Danke für den Tipp. Halten Sie sich für einen guten Freund, Herr Bosbach. Ja, das ist eine nette Frage. Ja. Schnell und kurz und bestimmt. Wolfgang Bosbach ist zu Gast. Wenn man in Ihre Biografie blickt, muss man ja einfach mal sagen, Sie kommen aus einer religiös-fundamentalistischen Familie, oder? Eben nicht. Ja, also bitte. Die Mutter evangelisch, der Vater katholisch. Fast, wer die Hochzeit daran gescheitert hat. Ja, genau. Ja, eben. Also meine Großeltern mütterlicherseits sind nicht zur Hochzeit gekommen, weil meine protestantische Mutter einen Katholiken geheiratet hat. Wenn das nicht Fundamentalismus ist, was denn dann? Ja, von den Großeltern. Ja. Aber doch nicht von meinen Eltern. Ich sagte Familie. Familie, deswegen. Achso, aber nur mütterlicherseits. Also die Großeltern väterlicherseits waren da immer wesentlich entspannter. 63 Jahre ist der Mama mit der Papa in den katholischen Gottesdienst gegangen und mein Vater mit der Mama in den evangelischen Gottesdienst. Das war also wirklich gelebte Ökumene. Und ich kann mich noch daran erinnern, und das ist schon lange Zeit her, als mein katholischer Pfarrer meiner Mutter mal gesagt hat, Frau Bosbach, wollen Sie nicht mit zur Kommunion gehen? Das war für meine Mutter ein ganz tolles Erlebnis, eine Einladung, obwohl sie ja immer noch Protestantin ist. Und wenn in meiner Kirche, in der katholischen, jetzt wieder darüber diskutiert wird, ob das denn zulässig ist, dann falle ich vom Glauben ab, hätte ich beinahe gesagt. Ich muss trotzdem nochmal bei Ihren Großeltern bleiben, weil das hat man ein bisschen vergessen in Deutschland, wie getrennt diese beiden christlichen Religionen miteinander umgegangen sind. Also die Großeltern sind tatsächlich nicht zur Hochzeit der Tochter, weil sie einen Katholiken geheiratet hat. Ist doch unvorstellbar. Wie haben die denn getickt? Sie sind auch nicht zur Taufe meiner Schwester gekommen. Also wir reden hier von 100 Kilometern. Wir haben ja im Westerwald gewohnt und sie sind erstmals zu meiner Taufe aus dem Westerwald nach Bergisch Gladbach gekommen, aber dann auch abends sofort wieder nach Hause gefahren. Und dann über die Jahre hat sich das Verhältnis natürlich entspannt. Aber wie muss man denn drauf sein, mit Verlaub, Herr Bosbach, wenn man an denselben, an die gleiche Bibel liest und an denselben Glauben hat, dass man die eigene Tochter nicht zum Altar führt. Nicht, weil sie einen Muslimen heiratet oder jemanden, der völlig eine ganz andere Religion hätte, sondern weil sie einen Katholiken heiratet. Das ist doch völlig schräg. Ja, wie sich die Zeiten ändern, können Sie auch daran sehen, dass ja meine jüngste Tochter einen Türken geheiratet hat. Also nicht türkischstämmig, sondern mein Schwiegersohn ist türkischer Staatsangehöriger, wenn auch hier geboren. Er ist auch kein Christ, aber das war bei uns nie zu Hause ein Thema. Wir beurteilen Menschen nicht nach der Religion, sondern nach Charakter und Verhalten. Sie sind dann evangelisch getauft. Ich? Nein. Entschuldigung, Sie sind katholisch getauft. Verzeihung. Sie sind katholisch getauft. Das hätte ja ein Kompromiss sein können, dass die Großeltern mit einem evangelischen Wolfgang befriedet werden. Entschuldigung, ich habe ja bei der Entscheidung ja nicht mitgewirkt. Das war ja die Entscheidung meiner Eltern. Und Bergisch Gladbach war jedenfalls besprechen von Anfang der 50er Jahre, wie das Bergische Land weit überwiegend katholisch geprägt. Jedenfalls sehr stark christlich geprägt. Und heute ist das auch etwas anders. Aber ich glaube, meine Mutter hatte nie ein Problem damit. Und mein Vater hat ja mal gesagt, katholischer als meine Frau das gemacht hat, hätte ich die Kinder auch nicht erziehen können. Sie waren Messdiener. Sie haben an sich, glaube ich, eine ganz strenge Erziehung genossen. Jedenfalls, wenn ich mal nachlese, wie oft und von wem Sie alles geschlagen wurden. Die Mutter hat Sie mal geschlagen mit einem Kochlöffel. Lehrer haben Sie geschlagen. Ein Lehrer hat mal was nach ihm geworfen. War das selbstverständlich eigentlich damals ganz normal? Nein, ganz normal nicht. Aber ich kann mich noch gut an folgende Szene erinnern. Ich habe eine Frau Meischberger natürlich völlig unberechtigt eine schallende Ohrfeige vom Sportlehrer bekommen. Natürlich unberechtigt. Total. Dass man die Finger noch auf der Backe sehen konnte. Ich habe das empört meinem Vater erzählt. Und er hat nichts anderes gesagt als, dann wirst du es wohl auch verdient gehabt haben. Ende. Der wäre nie auf die Idee gekommen, deshalb einen Lehrer zur Rede zu stellen, weil wir nie dem Lehrer in den Rücken gefahren. Und Sie, wie haben Sie diese Schläge, den Kochlöffel so empfunden? War das für Sie? Kochlöffel mussten wir deshalb lachen, weil ich damals, jetzt wird es schon halb peinlich, immer eine Lederhose getragen habe. Und meine Mutter hat dann die Hand benutzt, das hat ihr mehr weh getan als mich. Dann hat sie den Kochlöffel genommen. Erster Schlag, Kochlöffel kaputt. Da mussten wir beide so lachen. Das habe ich meiner Mutter auch nie übel genommen. Obwohl ich natürlich weiß, Schläge sind kein Erziehungsinstrument. Über den jungen Bosbach noch weiter zu reden, muss man hinzufügen, Ihre Schwester hat ein Abitur von 1,0. Sie sind von der Schule abgegangen zur mittleren Reife und haben eine Lehre gemacht als Einzelhandelskaufmann. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Sie dümmer waren als Ihre Schwester. Waren Sie fauler? Ja, eindeutig. Ich kenne Hannelore auch nur lesend und lernend. Vielleicht ein Doktor mal. Ich weiß gar nicht, ob sie mal eine Zwei auf dem Zeugnis hatte. Frau Meinsperger, ich sage es mal so, ich hatte immer vielfältige andere Interessen. Und kann mich noch gut erinnern, als ein Lehrer sich mal kaputt gelacht hat, weil meine Mutter ihm erzählt hat, dass ich Nachhilfe bekomme. Und zwar in Mathematik. Dann hat er zu der Lehrerin, ich fand das ja empörend, dann hat der Lehrer zu meiner Mutter gesagt, der Nachhilfe, nee, der ist nur faul, der braucht keine Nachhilfe. Ich hatte nur immer auch noch andere Interessen. Sie mussten es dafür dann aber hart nachholen. Zweiter Bildungsweg, Abitur. Sie brauchten das Latinum, damit Sie Jura studieren können. Sie haben das mal die anstrengendste Zeit Ihres Lebens genannt. War es dann doch am Ende gut, das so zu machen und es auf die harte Tour zu lernen? Ja, mir persönlich hat es genutzt und nicht geschadet, das stimmt. Meine Schwester hatte schon studiert. Ich glaube, die Eltern hätten sich bedankt, wenn sie auch noch mein Studium hätten finanzieren müssen. Deswegen habe ich ja auch parallel immer gearbeitet. Da, was damals noch möglich war, Bergisch Gladbach und Bonn ist nicht weit entfernt. Ich habe ja zwölf Jahre für einen Abgeordneten als Referent gearbeitet. Und das war eine anstrengende Zeit, diese Halbtagstätigkeit, dann Abitur nachholen, anschließend das Studium. Daneben noch Latein lernen. Du lernst mit Mitte 20 nicht mehr so wie mit 14 und 15. Und danach war ich wirklich kaputt. Also, das hat mich auch gelehrt, durchzuhalten, nicht aufzugeben. Drei Dinge müssen wir noch klären. Dass Sie mit 28 Jahren erst ausgezogen sind, war gut oder schlecht? Ich fand das immer prima zu Hause. Das war all inclusive. Wäsche wurde gewaschen, es gab immer was zu essen. Im Grunde haben mich meine Eltern rausgekehrt. Die haben mir immer gesagt, es wird Zeit, dass du jetzt mal hier ausziehst. Und vielleicht ein, zwei Jahre früher. Aber ansonsten, nee, nee, war schon eine richtige Entscheidung. War eine schöne Zeit. Zweitens, ein gefrorener Hase ist im Supermarkt vielfach verwendbar, auch als Waffe. Das war ein Kaninchen. Ja. Ein Kaninchen, aber gefroren. Das war ein Kaninchen. Ja, ja, Gott sei Dank gefroren. Weil? Lebendig hätte ich ihm das gar nicht angetan. Nein, ich hatte damals immer jeden Tag mit Ladendieben zu tun. Und dass man einer ein Messer zieht, damit konnte man nun nicht rechnen. Und die einzige Waffe, die ich in der Nähe fand, war ein gefrorenes Kaninchen in der Tiefkühltruhe. Und schon stand es wieder Pad. Und Frau Maischberger, das war nicht lustig. Nein, heute ist es aber trotzdem eine gute Geschichte. Ja, klar. Nicht hingehören. Da kommt der Filialleiter wieder durch. Ich habe mich gefragt, wenn es im Supermarkt so ist, dass die frische Ware immer hinten im Regal liegt, dann ist es doch in der Politik vielleicht auch so. Wir sollten eigentlich nach hinten gucken, auf der Suche nach einem neuen CDU-Parteichef. Das haben Sie aber jetzt sehr schön gesagt. Aber es stimmt, ich kenne nicht wenige Kolleginnen und Kollegen, die öffentlich nicht bekannt sind, aber denen ich es durchaus zutraue, Führungsqualitäten zu erledigen. Ja, und die, die im Regal vorne liegen, Merz, Röttgen, Spahn, die sind ja so ein bisschen best before. Jetzt sagen Sie nicht, dass die über das Ablauf da sind. Aber Norbert Röttgen weiß ich nicht, aber Friedrich Merz und ich, wir sind fast gleich alt. Aber ich will Ihnen mal eins sagen. Das Temperament, was wir zwei haben, das haben nicht unbedingt alle 35-Jährigen. Noch was zu klären. Also Alter ist weder Verdienst noch Nachteil. Ihre Frau ist eine Bosbach, geborene Bosbach. Sie haben eine Frau mit gleichem Namen geheiratet. Ist das eine große Sippe? Sind Sie verwandt miteinander oder wie kommt das? Was jetzt noch fehlt, ist der Satz bei Ihnen, ist wahrscheinlich der Stammbaum ein Adventskranz. Nein, Bosbach ist im Bergischen Land ein ganz, ganz häufiger Name, so wie Schmitz in Köln oder Huber in München. Das ist schon fast eine Gattungsbezeichnung. Mein Nachbar-Wahlkreis-Inhaber hieß ja mal Flossbach. Und da gibt es auch noch Bosbach und Bosbach und Boschbach. Also das ist wirklich ein sehr, sehr häufiger Name hier. Es gibt ja auch einen Och, der so heißt. Klingt ein bisschen wie bei den Hobbits. Und das ist jetzt ein ernstes Thema. Sie haben ja drei Töchter, das haben Sie ja gerade auch gesagt, das Wichtigste im Leben. Und dennoch gibt Bösezungen behaupten, dass die Familie Sie eine Weile lang öfters im Fernsehen gesehen hat als zu Hause. An wie vielen Elternabenden waren Sie? Nee, nee, das stimmt. Ich bin ja nur auch jetzt noch sehr, sehr selten zu Hause. Also jetzt in dieser Woche ein einziges Mal, nämlich von heute auf morgen, weil ich einige Veranstaltungen hatte in den neuen Bundesländern. Und wie war nochmal die Frage? Ob Sie mal an einem Elternabend dabei waren? Nein, nein, leider nie. Und wenn man mich fragt, was tut ja von Herzen leid, ist, dass ich sehr, sehr viel verpasst habe, nachdem der Deutsche Bundestag von Bonn nach Berlin umgezogen ist. Da habe ich so gut wie nicht mehr am Familienleben teilgenommen. Auch weil ich ja zur gleichen Zeit stellvertretender Fraktionsvorsitzender wurde, dann mit bundesweiten Verpflichtungen. Ja, da habe ich sehr viel verpasst. Versuche ich jetzt alles am Enkelkind wieder gut zu machen. Wollte ich gerade sagen, in diesem Jahr sind Sie Opa geworden. Opa Bosbach, Opa Wolfgang. Wie gefällt Ihnen der Titel? Ach, großartig, wunderbar. Ich bin ja sowas von stolz. Ein prachtvoller Bursche. Und wir waren ja Corona geschädigt. Meine Tochter hatte im März vergangenen Jahres ein Café eröffnet. Das war immer ihr Traum. Kaffee auf, Kaffee zu, wegen Corona. Und mein Schwiegersohn ist auch Einzelhändler und musste auch sein Geschäft schließen. Aber die zwei so vorübergehend, die zwei haben aber die Zeit sehr gut genutzt. Baby ist jetzt drei Monate alt. Ein Prachtbursche, ganz der Opa. Ein Corona-Kind. Wolfgang Bosbach ist zu Gast. Warum er es seiner Partei nicht immer leicht gemacht hat, das besprechen wir gleich. Erst gibt es die Kategorie Einsatz zu. Einsatz zu Sebastian Kurz. Ich weiß nicht, ob man ihm bitter Unrecht tut oder ob er seinen Platz räumen muss. Ich weiß nur eins, wir neigen sehr schnell zu Vorverurteilungen. Lass doch die Justiz erst mal ermitteln. Einsatz zu Ehe für alle. Das ist nun mal entschieden. Nicht mit meiner Stimme, auch nicht mit der Stimme der Kanzlerin. Aber man muss gesellschaftliche, politische Realitäten anerkennen. Und ich glaube auch nicht bei einem Regierungswechsel, dass das nochmal geändert würde. Ein Satz zu Punkten in Flensburg. Ich habe im Moment einen ganz schlechten Empfang. Also es waren mal mehr. Im Moment bin ich, glaube ich, nur bei ein oder zwei Punkten. Sie hatten schon mal 14. Ja, ich habe sogar mal einen Aufbaukurs für verhaltensauffällige Kraftfahrer absolvieren müssen. Und werde nie vergessen, das waren alles Männer, die da saßen. Und der Erste sagt zwar, ach Herr Bosbach, das ist aber interessant. Geben Sie Rechtskunde. Nein, habe ich gesagt, ich bin einer von euch. Und da hatten die aber richtig Spaß. Aber ich bin deutlich ruhiger geworden. Und ich fahre jetzt nachts nicht mehr durch. Wenn es weiß, bis mit nach Mitternacht, dann gehe ich auch ins Hotel. Morgen ist noch ein Tag. Wäre das schön gewesen, wenn Sie Innenminister geworden wären. So, ein Satz zu Patientenverfügung. Ja, mit dem Thema habe ich mich sehr, sehr lange beschäftigt. Und ich kann nur hoffen, dass die Patientenverfügung eins zu eins genommen und nicht umgedeutet wird. Haben Sie eine? Nein, ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich schreiben soll. Ich habe meinen Eltern geholfen bei der Abfassung ihrer Patientenverfügung, weil ich wirklich in diesem Thema drin bin. Aber ich selber wüsste nicht, was ich schreiben sollte. Weil ich weder weiß noch wissen kann, was ich mir wünschen würde, wenn der Fall eingetreten ist, dass ich ja nicht mehr selber entscheiden kann. Das gilt ja nur für den Fall, dass der Patient selber nicht mehr entscheiden kann. Für oder gegen eine medizinische Behandlung. Ein Satz zu Kardinal Woelki. Ja, geradezu tragisch. Ich finde das ganz, ganz bitter hier im Herzen von Köln mit Blick auf den Dom, wie meine Kirche mit dem Missbrauchsskandal umgeht. In weiten Teilen wegducken, relativieren. Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Für mich ist das deshalb so bitter, weil ich persönlich in meiner Kirche ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht habe mit den Priestern, mit Kaplänen und Pastören. Ich habe nie so etwas erlebt, Gott sei Dank, auch nie so etwas vermutet. Und es ist für mich einfach deshalb bitter, wenn man seine Kinder der Kirche anvertraut, dann ist das doch der allerletzte Ort, wo man mit Missbrauch rechnet. Ein Satz zu Jutta Dittfurt. Ja, die verbreitet jetzt wieder das Märchen. Ich sei gegangen, weil sie sich mit mir angelegt hat. Ich war gar nicht das Problem, sondern der neben ihr sitzende Polizeibeamte Lendos. Zufälligerweise war das meine Sendung. Herr Bosbach, Sie sind aus meiner Sendung live rausgelaufen, weil Sie sich geärgert haben über Jutta Dittfurt, wie Sie sich. Aber das ist doch eigentlich, ist das nicht eine Aufgabe jeglichen Diskurses, wenn man dann sagt, nee, also mit dir rede ich jetzt gar nicht mehr. Ich gehe jetzt. Wir haben darüber noch nie geredet, wir beide. Jetzt wird es aber Zeit. Ich bin ja ja nicht gegangen wegen dem, was sie gesagt hat, sondern wegen dem, wie sie sich verhalten hat. Nicht nur, dass sie sich permanent mit Herrn Lenders angelegt hat. Das war der Polizeichef in Hamburg. Es ging um G20. Sie war als Demonstrantin im Kessel. Die Polizei hatte sie eingekesselt. Deswegen dachten wir, wäre doch mal gut, dass man beide Seiten zusammenbringt. Dass dann Frau Dittfurt Sie zum Gehen bewegt, habe ich nie verstanden. Doch nicht mit permanenten Unterbrechungen. Und ich weiß gar nicht, ob Sie das so mitbekommen haben. Wir haben uns ja gegenüber gesessen. Sie in der Mitte und dann drei jeweils auf einer Seite. Und immer, wenn die Kamera auf uns gerichtet war, nicht auf Frau Dittfurt, hat sie sich mit dem Herrn Lenders angelegt. Doch, ich habe das mitbekommen. Der sichtlich irritiert war. Und ich meine, bei aller Härte der inhaltlichen Auseinandersetzung, ein gewisses Niveau im Verhalten, sollte man nie unterschreiten. Ich bin nie einem Streit aus dem Weg gegangen. Aber so habe ich mich nie benommen. Herr Lenders hätte sich wahrscheinlich auch wehren können. Aber trotzdem, ist das nicht irre, jetzt, Herr Bosbach, wie nah die Union den Grünen inzwischen gekommen ist? Man hat ja das Gefühl, eigentlich ist die Union, Herr Söder, das ist irgendwie die Klimapartei Nummer eins. Das ist doch ganz komisch, oder? Frau Maischberger, am nächsten Tag hatte ich eine Veranstaltung in Frankfurt. Am nächsten Tag, da kamen zwei Mitglieder der Grünen auf mich zu. Gott sei Dank haben Sie der Frau Dittfurt mal Bescheid gegeben. Was glauben Sie, wie die uns hier genervt hat und auch heute noch nervt? Die ist ja gar nicht mehr bei den Grünen. Das stimmt. Sind Sie trotzdem immer noch der Meinung, dass die Grünen übertreiben, wenn sie vor dem Klimawandel warnen? Sie haben das früher immer mal für alarmistisch gehalten. Nein, nein. Ich habe nur zwei andere Ansätze. Der erste Ansatz ist, wir sollten nicht glauben, dass wir das Weltklima alleine retten können. Und zweitens, Gebote, Verbote halte ich nicht für die richtige Lösung, sondern moderne, wenn Sie so wollen, auch grüne Technologien. Ich bin ja gerade der Meinung, dass wir die Klimaziele, auch die völkerrechtlichen Verträge zur Einhaltung der Ziele einhalten müssen, als politisches Vorbild. Wenn wir es nicht tun, können wir es von den anderen nicht verlangen. Aber was mir zu kurz kommt, ist Sachargumente. War es wirklich klug, erst aus der Kernenergie auszusteigen und dann aus der Braunkohle? Wäre es nicht besser umgekehrt gewesen? Aber mit solchen sachlichen Fragen sind Sie ja sofort Lobbyist der Kernindustrie. Mit Maja Göpel habe ich darüber unter anderem geredet. Maja Göpel wie Jörg Pilawa und viele anderen sind nachzuhören in der ARD-Audiothek. Heute ist Wolfgang Bosbach hier zu Gast, seit 1972 CDU-Mitglied. Die populärste Stimme der Union über lange Zeit, aber Macht hatten sie eben nie. Sie haben es ja vorher schon angedeutet, sie wären gerne Innenminister geworden. Frau Merkel hat sich anders entschieden. Warum eigentlich? Hat sie Ihnen am Ende nicht vertraut? Wenn Sie mit Vertrauen meinen, bei Herrn Bosbach bin ich mir nicht sicher, ob er jede Kurskorrektur klaglos mitmacht. Kann ich nur sagen, wenn das das Motiv war, ja, da hat sie recht. War Ihnen die eigene Meinung? Aber es bestand kein Grund zum Misstrauen. Ich habe Frau Merkel nie angelogen. Ich habe nie anders abgestimmt, als ich ihr es gesagt habe. Aber ich wollte auch nicht Regierungssprecher werden. Pflegeleicht war ich für die Regierung nicht. Es gibt ja ein Zitat von Angela Merkel. Sie haben nie widersprochen. Sie soll gesagt haben, Herr Bosbach ist dafür bekannt, dass er keinen Journalistenanruf unbeantwortet lässt. Im Nachhinein einmal weniger reden, einmal sich nicht zu wichtig nehmen, einmal die eigene Meinung mal nach hinten stellen hätte. Es Ihnen am Ende doch geholfen, Dinge durch- und umsetzen zu können, weil Sie da ein Minister geworden wären? Das ist eine gute Frage. Ja, es kann sein. Das ist natürlich hypothetisch. Das kann man nicht beweisen. Ja, kann sein. Aber Sie glauben gar nicht, wie viele Anfragen ich abgelehnt habe unter Hinweis. Das ist ein wichtiges Thema, aber es ist nicht mein Thema. Also wenn Angela Merkel meinte, ich sage zu allem was, auch von Dingen, an denen ich keine Ahnung habe. Nee, das ist nicht richtig. Gilt heute auch noch. Der Tiefpunkt dieser Auseinandersetzung war ja vermutlich auf dem Höhepunkt der Euro-Rettung. Als der Herr Pofalla, damals war er Chef vom Kanzleramt, Ihnen gesagt hat, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Weil es ihm und anderen auf die Nerven ging, dass sie permanent öffentlich gegen das geredet haben, was die Regierung gerade beschlossen hat. Das hat Sie persönlich wirklich verletzt? Total, zumal ich ja gar nicht der Adressat war. Ronald Pofalla hatte sich ja mit Karsten Linnemann angelegt, nicht mit mir. Und dann habe ich gesagt, jetzt lass doch mal den Karsten in Ruhe. Und daraufhin drehte er sich zu mir um. Karsten hat 100 Meter unter 10 Sekunden das Lokal verlassen. Und ich habe nur das gesagt, was meine Partei zum Thema Euro selber über Jahrzehnte gesagt hat. Auf einmal war ich der Buhmann, weil ich bei dem bleiben wollte, was ich selber auch den Wählerinnen und Wählern gesagt hatte. Und zack kommt dann die Konfrontation mit Roland Pofalla. Ich muss sagen, er hat sich am nächsten Tag formvollendet bei mir entschuldigt. Ich bin rübergegangen ins Kanzleramt, ist auch nichts zurückgeblieben. Der ist wenigstens von vorne gekommen. Ich habe mich mehr geärgert über einen Kollegen, der mir bei einer TV-Diskussion gesagt hat, willst du daraus nicht persönliche Konsequenzen ziehen? Und wer war das? Einer, der auch heute noch im Bundestag ist. In herausgehobener Position? Naja, würde ich mal sagen, ja. Wie viele Angriffe in dieser Art gab es in dieser Zeit? Also von dieser Heftigkeit war das der einzige. Also jetzt nach 23 Jahren Bundestag, ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Auf einige hätte ich auch verzichten können. Aber ich habe überwiegend positive Erfahrungen gesammelt, auch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fraktionen. Es gibt ja, also diese Euro-Debatte war ja die Geburtsstunde eigentlich der AfD. Wenn man sich an den Namen erinnert, Alternative für Deutschland hatte das sehr viel mit der Alternativlosigkeit von Angela Merkel zu tun. Viele vergessen das, weil die Flüchtlingskrise dann sehr viel stärker wurde. Haben Sie das Gefühl, das ist ein Politikfehler, dass man es nicht mehr erträgt, innerhalb der eigenen Parteien divergente Stimmen zuzulassen? Und wenn ja, ist es der Fehler von Angela Merkel? Ja, eindeutig, eindeutig ja. Die Meinungsvielfalt, auch die Meinungsfreude war in der Ära Helmut Kohl größer. Na gut, der hat aber auch ein paar kaltgestellt, die ihm bösen sind. Ja, Moment, ich war ja noch nicht fertig. Da wurde munter diskutiert, du durftest nur nie den Führungsanspruch von Helmut Kohl infrage stellen. Das durfte man nicht. Aber ansonsten ein breites Meinungsspektrum. Und es wurde auch nicht die Frage gestellt, ist das noch loyal? Sondern Helmut Kohl hatte eher die Haltung, im Garten des Herrn ist viel Platz und wir haben unterschiedliche Talente. Und das macht ja auch eine Volkspartei aus. Das ist dann später anders geworden. Das Entstehen der AfD hätten wir vielleicht nicht verhindern können. Aber das Erstarken, das hätten wir auch verhindern müssen. Die waren ja in einer schweren Lage, als so Repräsentanten wie Professor Lucke und Hans-Olaf Henkel gegangen sind oder gehen mussten. Und dann kam die Flüchtlingskrise und das hat ihnen wieder neuen Aufwind gegeben, der Gott sei Dank jetzt auch vorbei ist. Wird man sehen. Zweistellig im Bundestag ist jetzt nicht gerade eine kleine Partei. Aber der Höhenflug ist doch erstmal gestoppt. Wie viel Partei Rebell steckt denn Ihnen? Also nehmen wir mal ein Beispiel. Jens Spahn zum Beispiel sagt 2G, also genesen und geimpft als Option. Findet er richtig? Stimmen Sie ihm zu? Für private Veranstaltungen ja. Das ist die Entscheidung eines jeden einzelnen Anbieters oder Veranstalters. Für öffentliche Einrichtungen nein. Denn wenn von jemandem keine Gefahr ausgeht, dann kann ich ihn nicht von der Inanspruchnahme eines Rechtes abhalten. Wenn Private sagen, ich möchte, auch vielleicht aus Gründen der Praktikabilität, nur 2G, ist das deren Entscheidung. Das habe ich nicht zu kommentieren, nicht zu kritisieren. Ich habe es ja bei meinem 1. FC Köln hier gesehen. Weit, weit überwiegende Zustimmung der Fans für 2G, das hätte ich so nicht erwartet. Sie sind Hochrisikopatienten-Diagnose. 2012, glaube ich, war es. Sie haben einen Krebs und der ist auch wiedergekommen. Wie viel Angst hatten Sie in dieser ersten Corona-Zeit, als es noch keine Impfungen gab? Also ich habe in dem Team gespielt, nicht verrückt machen lassen, aber Vorsicht walten lassen. Genauso habe ich mich auch verhalten. Vor allen Dingen Menschenaufläufe vermieden, bin nicht zu Veranstaltungen gegangen, wo man noch hätte hingehen können. Ich war da also sehr früh sehr zurückhaltend. Aber ich habe mein Leben nicht komplett umgekrempelt. Und für manche Einschränkungen hatte ich auch kein Verständnis. Also warum man morgens in den Supermarkt gehen konnte, in den Baumarkt, in die Drogerie, in die Apotheke, aber sich abends nicht alleine ins Hotelbett legen durfte, das habe ich nicht so richtig verstanden. Sie haben jetzt zehn Jahre nach dieser Diagnose, wie ich nur von außen beobachte, ein extrem aktives Leben weitergelegt. Wie geht es Ihnen eigentlich heute? Ja, nicht so, wie ich es mir wünsche. Denn mir ist ja in der Zwischenzeit auch ein Stück der Lunge entfernt worden, weil sich da ein größerer Tumor abgesiedelt hatte. Also kein Lungentumor, sondern ein Prostatatumor, der plötzlich in der Lunge war. Seitdem habe ich natürlich Probleme, zum Beispiel beim Sport oder beim Treppensteigen. Man wird dann natürlich kurzatmiger und ich leide. Mag jetzt der eine oder andere sagen, ja, das ist ja kein Problem. Aber es ist ein Problem unter chronischer Müdigkeit. Mit der Folge, im Grunde ist mir jeder Abend zu lang. Also acht oder neun Uhr würde ich gerne ins Bett gehen, geht aber nicht, weil ich dann mitten in der Nacht wach werde. Also ich habe jetzt jeden Abend eine Veranstaltung gemacht. Früher wäre ich noch nach Hause gefahren, so von Jena oder Leipzig aus. Heute nicht mehr. Heute lege ich mich ins Bett, in Hotelzimmer und sage, morgen ist auch noch ein Tag. Aber ich nehme meine Medikamente, ich nehme meine Arzttermine wahr. Ich nehme das schon ernst. Ich hatte sonst das Gefühl, dass Arbeit immer irgendwie für Sie eine Art Therapie war. Ich weiß noch, Sie hatten ja mit dem Herzen zu tun. Direkt nach der OP sind Sie sofort zu Sabine Christiansen ins Fernsehstudio gegangen. Als Sie dann einmal umgekippt sind, weil der Defibrillator Ihnen einen Schlag versetzt hat, waren Sie direkt danach bei Günther Jauch im Studio. Ist das eine Art quasi, die Angst vor der Krankheit zu verdrängen, indem man einfach eigentlich mehr in einen Tag packt, als da reinpasst? Ja, wenn Sie es so sehen wollen, ja. Mittlerweile war es ja dreimal. Mittlerweile hat mich dreimal der Defibrillator zurückgeholt. Und das Erstaunliche ist, wenn das passiert, ich habe danach noch nicht mal Kopfschmerzen. Gar nichts. Es ist mir einmal passiert in Hamburg vor tausend Leuten. Ich mache die Augen auf und der Notarzt kniet vor mir. Ich weiß überhaupt nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Nur der Saal war leer. Und dann hat der Arzt mir gesagt, Herr Bosbach, Sie sind dabei, Ihr Konto zu überziehen. Da macht man sich natürlich seine Gedanken und wissen Sie was, nach vier Wochen geht es weiter wie vorher. Solange ich das tun kann, was ich gerne tun würde, ist die Welt für mich in Ordnung. Da habe ich auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was macht der Defi oder wie geht es dem Krebs. Deswegen haben Sie einen vollen Terminkalender. Ihre Beziehung zu Angela Merkel, apropos voller Terminkalender, ist ja gut. Sie duzen sich, obwohl Sie politisch so weit manchmal auseinander sind. Sie hat auf die Frage, was Sie nach dem Ende Ihrer Amtszeit machen will, gesagt, erst mal gar nichts. Ihre Erfahrung, nachdem Sie ausgeschieden sind aus dem Bundestag vor vier Jahren, ist das eigentlich schwerer, als man denkt, gar nichts zu machen? Ich sage Ihnen, das hält sie keine Woche durch. Sie wird sicherlich mal Urlaub machen. Und dann kommt mal zehn das, was mir passiert ist. Nämlich permanente Bitten und Anfragen. Frau Bundeskanzlerin, jetzt, wo Sie doch mehr Zeit haben, könnten Sie doch mal. Und Angela Merkel ist so aktiv gewesen. Sie muss richtig abtrainieren, wie ein Leistungssportler auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Angela Merkel jetzt monatelang im Stuhlsitzbuch oder Musik hört, obwohl sie ja Liebhaberin klassischer Musik ist. Aber irgendwann wird es dann kribbelig werden und da muss sie wieder raus auf die Piste. Vielleicht muss sie es nicht übertreiben wie ich. Aber dass sie nichts tut, kann ich mir nicht vorstellen. Was glauben Sie denn, was sie tut? Also ich hatte sie im Verdacht, sie könnte ihre Memoiren schreiben, aber dann habe ich irgendwo gelesen, nein, das möchte sie nicht tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für irgendwelche Konzerne Rohre verlegt. Also dass sie in den Dienst von Gasprop tritt, glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, eine internationale Aufgabe oder was im humanitären Bereich. Also das, was ihr wirklich liegen würde. Vielleicht auch im Bereich Forschung, denn es ist doch ganz toll, dass wir jetzt wieder Nobelpreise bekommen haben, wenn auch nicht alleine. Aber es ist eine Stärkung, auch eine Werbung für den Wissenschaftsstandort Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass Angela Merkel für dieses Thema zu gewinnen wäre. Platz 1 bei der Dienstzeit hätte sie nur dann, wenn sie am 17. Dezember noch Kanzlerin ist. Dann ist sie länger dabei als Nicole. Wird sie das schaffen oder soll sie das nicht schaffen? Doch, das schafft sie. Das schafft Neujahrs Ansprache. Für 23 will ich mich nicht festlegen, aber 22 Angela Merkel. Ich glaube, die drei, die jetzt verhandeln, unterschätzen, wie schwierig es ist, wenn die Fachpolitiker kommen. Ich war ja nie Häuptling, ich war ja nur Indianer. Die Häuptlinge einigen sich auf die Überschriften. Modernisierung, Erneuerung, Umgestaltung, wow. So, dann kommen die Indianer und müssen das Kleingedruckte regeln. Und dann wird es kompliziert. Eine letzte Frage habe ich. Die ist 500.000 Euro wert und ist Ihnen schon mal gestellt worden. Die DDR-Kult-Waschmaschine WM66 ist dafür legendär, dass viele Besitzer mit dem Gerät auch A. Heizstrom erzeugten, B. Obst einkochten, C. Staub saugten oder D. Westradio empfingen. Was ist die richtige Antwort? Jetzt weiß ich es doch. Einkochen! Und Sie hatten die aber nicht parat. Angela Merkel war Ihr Telefon-Joker bei Günter Jauchs, Wer wird Millionär 2014? Und Sie haben sie angerufen, die ist nicht ans Telefon gegangen. Soll ich mal sagen, sie hat sofort zurückgerufen. Das war einer der peinlichsten Momente in meinem Leben. Ich saß ja wieder im Publikum neben meiner Frau, prompt ruft die Kanzlerin an. Ich musste sie wegdrücken. Sie ruft wieder an. Ich muss sie wieder wegdrücken. Mittlerweile war Christoph Daum auf dem Stuhl. Und dann hat sie mir geschrieben, du hast versucht, mich anzurufen. Worum geht es? Da habe ich zurückgeschrieben, das darf ich dir nicht sagen. Die muss mich ja für bekloppt gehalten haben. Also so sind wir dann auseinandergegangen. Ich durfte ja auch nichts verraten. Sie müssen ja eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Aber jetzt haben wir es erfahren. Später hat sie mir nie gesagt. Weil sie natürlich weiß, wenn sie jetzt sagt, klar hätte ich das gewusst, dann sagt doch jeder, ja, ja, jetzt kannst du es sagen. Obst einkochen, haben wir alle gelernt. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wolfgang Bosbach. Ich danke Ihnen. Das war Maischberger, der Podcast. Wir gehen in eine kurze Herbstpause. Ich freue mich, wenn wir uns Ende Oktober dann wiederhören mit Peter Wohlleben. Maischberger, der Podcast ist eine Produktion von Vincent Productions im Auftrag des WDR. Redaktion Jens Holger Fink, Janne Hoppe. Ton und Schnitt Mixwerk. Grafik Frauke Weißhuhn. WDR-Redaktion Elke Mahr, Dirk Müller. Decoh!! Redaktion Jens Holger Fink, Janne hashtag Wolfgang ligne